Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu Trials Fusion. So, hoffentlich fallen wir heute nicht so hart wie gestern. Hätte ich nicht unbedingt die Lust zu auf Eis gelegt. Die nächste schwere Strecke und ich gehe wieder zurück auf die Roach. Mit der kann ich es irgendwie besser oder konnte ich es besser. Deswegen nehme ich die Roach. Ich glaube mit der läuft es auch besser. So, komm schon. Eins und da ist die... Oh, los. Nö, den Start total verpennen und total übersehen, dass da ein Loch ist. Komm. Jetzt hänge ich hier fest. Boah. Na, komm. Ich muss die Bunnyhops echt trainieren, weil sonst komme ich hier nirgendwo hoch. Nirgendwo. Es ist so unterhaltsam, wie oft, dass man sich hier auf die Fresse legen kann. Mann. Und ich setze verdammt schnell zurück. So. Das war ein bisschen... Extrem eifrig. So. Mit Schwung kommt man auch hier rüber. Wenn man sich komplett zurücksetzt. Mit dem Rohr habe ich jetzt nicht gerechnet. Na. Na, komm schon. Richtig landen, mein Junge. Nein. Oh, ich bin nur an dem Checkpoint. Na, komm. Hopp. Hier rüber. Das gibt's ja nicht. Bunny. Hopp. Habe ich gesagt. Hoppla, hopp. Oh, komm. Nee, nee, nee. Ist nee, nee. Alter. Es gibt es nicht. So, immer mit der Ruhe. Es gibt's nicht. Wieso? Wieso? Die Strecke ist mir zu kurz. Dass ich hier Anlauf nehmen kann. Oh, das gibt's nicht. Oh, ja. Klar. War klar. Na, komm schon. Kletter, Maxe. Jetzt falle ich hier rückwärts. No. Nee, 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 nee. Ja, fall so runter. Nee, nee. Bin ich schon wieder so ne Stelle. Na, komm, ey. Komm, kipp über vorn. Ist jetzt das Motorrad zu schwer. Ich nehm immer das verkehrte Motorrad, oder? Nee, komm. Komm. Äh, 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 Strecke. Äh, nicht Erfolge. Äh, Strecke verlassen. Ja. So. Nehm ich halt ein anderes Motorrad. Roach. Äh, eine präzise Steuer... Erfordert er, sobald sie gezämt ist, bewegt sie sich. Diese Maschine in Quecksilber. Motorrad nicht zulässig. Nicht zulässig. Ich glaub, da ist die Viper doch besser. Äh, probier mal halt ein anderes Motorrad. Hilft ja nicht. Oh. Wenn ich den Sprung sonst nicht schaff. Die fliegt auch ein bisschen leichter durch die Luft. Merkt man hier grad. Auch an diesem Sprung sieht man das. So. Geht doch. Nee, doch nicht. Ich dachte, es geht. So. Aber jetzt bin ich drüber. Nee. Oh, 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 oh. Fang dich. Oder auch nicht. Boah, schöner Überschlag, aber nix gerissen. Es gibt's nicht. Wieso schaff ich den scheiß Ding hier schon wieder nicht? Wieso? Wieso? Oh. No, oh, 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 oh. Oh, bleib doch nach vorne gelehnt. Morgen, aber nix. Immer mit der Ruhe. Ja. Komm, leg dich hin. So, aber jetzt. Oh. Ah, die ist schon ein bisschen agiler hier. Ja, es geht doch. Geht doch. Huh. Der war nix. Aber der ist umso eher wat. Alter. Alter. Oh, nee, 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 nee. Na, krieg ich das jetzt hin? Ja. So, aber auf der Strecke lernt man Bunnyhop so richtig. In allen möglichen Facetten. Aber ich krieg's einfach nicht hin. Ich krieg's nicht gebacken. Nee. Da sollte man trotzdem kurz vom Gas gehen, wenn man hier schon drüben ist. Immer mit der Ruhe. Durchatmen. Zeit ein bisschen runterticken lassen. In Gottes Namen. Das kriegen wir doch gebacken. Ah, ja. Ja. Die Strecke vögelt mich mal heute wieder so richtig hart. Oh, endlich. Oh, drüber. Äh, ja. Muss ich von hier aus? Ja, von hier aus ging es, wenn ich denn nur richtig gelandet wäre. Aber ich bin nicht gefallen. Ich bin durch. Und ich hab nur 44 Versuche gebraucht. Nächste Strecke. Alter, sieben Minuten insgesamt. Hab ich gebraucht. Weil die Aufnahme geht hier schon sieben Minuten. Und ich hab nur die, äh, Strecke hier gemacht. Ey, ich nehm die Pit Viper weiter. Die Pit Viper. Ein schönes Motorrad. Die ist um einiges leichter auf jeden Fall. So. So. Ach, nö. Ach, nö. Nö. So. Aber jetzt im zweiten Anlauf. Ey, ich will ja nichts verschreien. Aber es läuft ja momentan noch. Oh. So, ich hoffe, dass bei mir bald der Knoten platzt. So. Fuck. Achso, da ist eh ein Rohr, wo ich hier hoch kann. Achso, ich muss da hoch. Ach, ab und zu weiß ich nicht unbedingt, wo die Streckenführung hier lang geht. Boah. Boah. Jetzt bin ich oben. Boah, ich bin noch hochgekommen. Boah. Boah. Ist das jetzt meine Stelle? Ist das jetzt die Stelle dieser Strecke, dass ich hier so richtig hart wieder genagelt werde? Aber so richtig. Na. Oh, nö. Darf denn das wahr sein? So, vielleicht mal kurz innehalten. Na, nicht so. Hilft mir das was? Oh, nee. Nee, nee, nee. Oh, das... Das hilft mir gar nichts. Hier muss man mit Schwung drüber. Huch. Nee. Nee. So nicht. Oh, le... Dann überreagiere ich hier. Nee. So nicht. Hey, das ist ein bisschen... Muss das denn sein? Aber so richtig... Boah, jetzt kriege ich... So einen richtigen Bunnyhop hin und dann sowas. 38 Mal schon wieder. Das ist meine Stelle. Nee, ich war drüben. Ich war drüben. Ihr habt das alle gesehen. Ich war drüben. Und dann sowas. Nee, 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 nee. 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 Ich geh hier schon wieder mit dem Mund mit. Übel. Nicht nur mit dem Mund. Ich verkrampfe auch mit dem... Nee, nicht hin. Oh. Ich bin so unfähig. So unfähig bin ich. Oh, ich fäll so extrem. Rehn. Komm schon, komm schon. Na? Es wird besser. No. Yes. Es geht doch. Wenn man einmal den Dreh herausen hat, dann geht's ja auch. Nö. Wenn man einmal den Dreh herausen hat. Oder auch zweimal. Boah. Bronze. 62 Versuche. Leck mich am Arsch. Es wird doch so nix. Nee, nee, nee. Ja, 16 dürfte ich machen. Alter, weiter. Weiter einfach. Nur weiter. Luftiges Wagnis. Okay, Foxbutt wieder. Äh, Foxbutt? Ist das Quad, oder? Ja, dürfte möglich sein. Nee, doch nicht. FMX? FMX. Nicht übertreiben hier. Oh. Es gibt's nicht. No, komm. Von vorn. Ah, komm. Ein Backflip. Und jetzt einen geilen Trick. Nicht übersteuern. Ah, das gibt's nicht. Die FMX sind echt Hardcore. So. Hä? Es gibt's ja nicht. Willy. So, wieder ein Willi. So, geht doch. No. Komm. Von vorn. Von vorn. Wenn ich schon so wenig Punkte wieder mache. Mach doch irgendwas. Na, komm. Direkt zu Anfang gleich ein Superman und den gelandet. Ist ja geil. Oh, komm. Dann mach ich solche Geschichten. Na, komm. Na, der war zu viel. So, geile Scheiße. Ich hab ihn nicht hinbekommen. Darf denn das wahr sein? Es gibt's nicht. Mach mal so einen geilen Trick und dann überdreht man hier einfach. Oh. Oh. Yes. Oh. Crash. Aj. Oh. Das gibt's ja nicht. Statt dass ich auf die Bremse latsche. Ich gebe weiter Gas. So, aufhören zu drehen. Nuller. So, den kriegen wir hin. Superman. So, fünf Tricks in Folge. Ohne mich hinzulegen. Ja, super. Nein, ich setze mich komplett zurück. Bin ich denn dämlich? Na, komm. Na, komm schon. So, jetzt läuft's. Oder auch nicht. Dann stürze ich hier einfach mal. So, gleich zu Anfang einen geilen Trick. Dann geht das. Das war einfach nur ein lausiger Backflip. Den brauche ich jetzt nicht unbedingt da auf der Uhr. So. So, geht doch. So. Na, das war nur ein Frontflip. Nicht unbedingt berauschend. Wow. So. Zielbonus. Silber. Es passt. Es passt. Alter, war ich jetzt still. Entschuldigung. Es tut mir leid. Ich sollte mehr reden. Ich war halt hochkonzentriert. Aber wir sind so gut wie durch. Wir haben, ja, 660.000 hätte ich gebraucht für Gold. Aber das probiere ich heute nicht mehr. Zumindest eine Strecke habe ich hier schon mal auf Silber. So. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr schaltet morgen auch wieder ein. Zu Trials Fusion und dann bis morgen. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.